hallo zusammen in diesem video mag ich euch die quest arbeitsaufträge für waffen zeigen diese könnt ihr erst annehmen nachdem ihr waffenschmuggler erforscht habt bei winston wolf befindet sich an dieser position in die halle der schatten und jetzt zeige ich euch wo man die quest annimmt das ist an dieser position einmal zeig es nochmal auf der karte und hier die koordinaten hierbei soll ich einen arbeitsauftrag erstellen nehme die quest an dann klicke ich diesen punkt hier an und kann hier wie man sieht maximal vier arbeitsaufträge gleichzeitig starten liegt nicht an der menge an ordensressourcen die ich habe da würde viel mehr gehen aber ist nicht möglich klick auf starten und dann darf ich die quest abgeben bei mal in die halle der schatten an dieser position hier die koordinaten hoffe ich konnte euch helfen ciao